Wo ist er? Ist er ausgestiegen? Keine Ahnung. Ich verpiss mich lieber hier. Aber es sieht doch gut aus, meins. Man kann noch fliegen damit, wenn man will. Äh, ich glaube, er blutet wie die Hölle. Ich will ihn kill ihn. Kill ihn, bevor ich leise ex. Der liegt da verkehrt. Ich glaube, der kommt nicht raus oder so. Kann das sein? Das sind Zombies. Bist du da gerade in? Er ist gefangen da in dem. Scheiße. Der Typ Quatsch spielt da die ganze Zeit. Er ist da drin hingefangen. Warte mal, warte mal. Lass ihn, lass ihn, lass ihn. Weißt du was? Ich hab ne Idee. Wir lassen ihn da jetzt drin liegen, okay? Ja, wie soll man denn sonst da auszuholen? Ey, kannst du mich kurz den Zombies oder da nehmen? Äh, da schießt er! Hallo. Nee. Okay, ich müsste auf ne M9 umwechseln. Ja, dann mach das, hallo, ja, was? Hast du keine Muni mehr? Nehmen wir jetzt viel. Boah. Ich kann nicht mehr was machen. Wait a minute, wait a minute. Sorry bro, I can do nothing. Was, 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 was soll man denn, wie soll ich denn das machen? Ich kann nicht mehr hier etwas anklicken. Warte mal, warte mal. Kannst du hier etwas anklicken? Null. Der hängt da im Boden drin, ohne Spaß. Wißt du, was geiler ist? Was? Ich glaube, man kann ihn austrauben. Komm, wir suchen seinen Rucksack. Wo, 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 wo ist der, wo? Nee, da müssen wir dann durch die Textur durchgreifen. Oh. Na, warte mal, das... Das war deiner. Das bist du? Das bist du, ja. Nee, das... Das bist du. Okay, ja. Okay, wo ist der Buch? Was ist dein Buch? Was ist deine Musik? Was ist deine Musik? Was ist deine Musik? Sondern nicht so viel in die Gegend gefluchtet. Vielleicht finde ich hinter Handgranaten oder so. Da kriege ich mich... Er müsste sich theoretisch einfach mal re-loggen. Dann wäre er ja draußen. Aber ich hab fast keine Munition mehr gell. Ich bin jetzt nur da gesagt were. Der Typ müsste sich trotzdem mal re-loggen Wenn er sich re-loggt, dann knallt man ab Oder? Äh, ja, sicher Ist die im neuen eigentlich besser als die Die entfiehlt Es ist auf jeden Fall laser Wirklich, Mike? Wär mir jetzt nie aufgefallen Ja, dann Jetzt wär's das Okay, da war kein Loot nicht drin Ist die Typ immer noch da? Schütt schon Ich find's witzig Sauwitz Tja, äh, ich find leider keine Woffen Warte mal, ich muss meine Zombies loswerden Vielleicht sehen sie den Typen im Flugzeug Und ich kann an dem vorbei rennen Und dann bleiben die alle bei dem kleben Mhm Klingt logisch, ja Könnt ja sein Ja, vielleicht schlank's ja mal So, schauen wir mal Und das geilste ist das Transportflugzeug Ist noch voll funktionsfähig Ich könnte damit noch wegfliegen, wenn's sein muss Was, was ich jetzt mach? Was? Ich halte mal zum, äh, Martin Oder mal Da, wo, da Lol, da ist jemand Ich bin hier Auf dem Kport Na gut Okay Okay Wo bist du? Alter, ich bin hinter dir Ich halte mal über das Flugzeug drüber Oh 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 Steig ab Ja, ich bin schon auch gestiegen Ist es schon rot? Nee Ich wollte ihm doch gar nicht mehr laufen Aber ich kann da Er ist noch immer drin Warte mal, es geht schon WTF? WTF? Das ist ja Perfekt, loot ihn Ja, bin ja gerade dabei Alter Okay, der hat Munition Der hat Munition Der hat, der hat im Grunde auch gerade angefangen Äh, Mike? Ja? Kannst dir mal das Quad angucken Ja, ja, ja Ich sehe es Oh Gott Die Hülle geht, glaub ich, langsam runter Scheiße, geht er runter, Junge Bewege dich weg davon Hat der was dabei gehabt? Ja, nein, nur anfangs aus Was dann Boah Ey, wir müssen da weg, falls das da explodiert noch oder so Alter Lebt der noch? Nein Aber du kannst dein Fleisch rausschneiden Alter Warte mal, ich Kille jetzt einmal kurz die Zombies Und dann laufen los zu der Zu dem Militärlogger, oder? Vielleicht finden wir währenddessen auch noch mehr Auto Ich zieh ihn jetzt mal aus Boah Ziehen wir ihn mal aus Boah, den kann man gar nicht rausziehen Schießt doch noch näher an meinem Kopf vorbei Ach, du weißt ja ganz genau, dass ich kurz schießen kann Ja, ja Ian fehlt es wie so eine scheiße Antenne Also so kann man es wenigstens sehen Er hatte was Spaßiges erlebt Er wurde von einer großen Transportmaschine gerammt Ja, mit Absicht, gell Mhm Das passiert nicht oft Dass du auf der Startbahn vor allem gerammt wirst Das passiert nicht oft Was ist denn das davon für Gebäude? Das mit der großen Ware rundherum? Äh Das ist Custom Building Wahrscheinlich Naja 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 Und ich wüsste was das ist, dann würde ich ja nicht fragen, oder? Du hast du schon mal den Server gespielt, oder? Hm Also Nicht lange Deswegen hab ich ja auch so wenig Also Deswegen macht es das auch so gut Ich hab nur die Leeren fehlt und die ist scheiße Oh ja, die ist scheiße Aber hier Das ist ja Das ist ja Radarturm Hm? Ja, ja, hier hatten wir Night Vision Ja, ja Ich hab was von NV-Starting-Gear gelesen Wir brauchen unbedingt ein Auto Oder irgendetwas Vergleichbares Meinst du, die sind sowas ähnliches wie der kaputte Truck dahinten? Ja, sowas Oh, guck mal Transportflugzeug und ein kleines Sportflugzeug Ja, da können wir nicht das für die Airfields wie wir Wir überall hin können, oder? Wenn du es richtig machst, kriegst du so ein kleines Strand Äh, so ein kleines Little Bird Little Bird wo? Meiner! Hab ich gesehen, zuerst Meiner Ja, genau Kannst du mich gar nicht umgehen Ja, genau Wer rennt denn schneller? Ich schieße einfach den Fuß und verbinde den Motor Ich schieße einfach den Fuß und verbinde den Motor Ja, das ist ein Militär... Ey, da hinten, da drin ist sowieso noch was Ja, meins, 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 meins Bei dem Kleine Au Ich bin wieder geschlagen Wir sind Baracken Ach du Scheiße, was liegt denn da Schönes? Hallo Komm schon, ne Waffe wäre jetzt ganz nice Was hast du denn gefunden? Das ist ein M4A1 Holo Aber ich habe unten nur so einen Granatwerfer dran Ja, das ist bei der Holo immer mit dabei Das kann ich ja eh nicht wissen, ne Das kann ich ja eh nicht wissen, ne Dann steht Holo Dann müsste der M203 Granatwerfer immer an oder beistehen, aber Du da ja nicht! Oh Scheiße! Das ist ja Holo Naja, Holo ist das Holo Visier Ja, ist die M203 Die ist auch noch mit dran Standard Das steht aber Wieso ist sie stand Hey, da liegt da nur Waffen drin Aber das ist ja still Hui, ich blute! Ich bin in der Hindersten Ich bin in der Hindersten Ich bin in der Hindersten Baracke Ja Weil du fragst Ja Passt Anders hier dich doch Junge Du brauchst noch ewig heute Bis die Zombies drin sind und dich alle schlagen Oh, jetzt gehen sie nicht Wie machst du ganz hinten? Bei mir vorne hinten oder? Ja, okay Ja, dann schau ich halt so die hinteren Baracken an Da war ich schon Uns ist nix Munition Starnock? Ja Ah, brauche ich Deswegen Es ist übrigens eine zweite Waffe auch noch da, gell? Ja Ja Ist glaube ich ein M16, aber ohne irgendeinen Schnickschnack Das ist mir egal Bist du Waffe? Bist du Waffe? Ach, ach, ach M16E4A1 Oh ja Das geht ja So Warte mal der Starnock Das kann man mal droppen Die Rauchgranate wird weggegeben Okay, warte mal Das DMR-Magazin brauche ich auch Ah, nein Die Rauchgranate wird weg Mountain Dew Und einmal was essen Keine Ahnung So Nehme da noch Starnack mit Oh Ich habe auch noch drei Starnacks gefunden bei dem Ding Ja, sehr gut Sehr gut, sehr gut, sehr gut Das Industrie-Loot Im Jagdmesser hast du schon eins? Ja, hat man Ja, hat man Ich glaube ich verschaffe nach vorne, ja Standardmäßig Ich werde mir grad auf Sonst hat irgendwas Interessantes Jetzt backt bei mir der Sound Bei mir hat er grad voll rumgepackt What the fuck? Scheiße Äh, Heli? Siehst du mit? Ja, hingehen Ja, sofort Ich hole jetzt da doch nicht nur ein paar Bloodpacks und so Macht sogar Sinn, dass hier so eine Militärbasis ist Ja Ja Äh, hinter die Bracken sind übrigens, äh Er ist wie viel Zölte, gell? Mhm Der Little Bird sieht zerschossen aus Er ist komplett rot Ah, super Epinephrin gehen wir ins Rennen Und, äh, ne mal Gucken wir gleich rein, jetzt zu Blutkonserven Komm, ich guck mal in diesen Hey, da haben sie einen Hangar dazu gepackt, fällt mir grad auf Äh, ich guck einfach mal da rein in diese Dinger Diese Hangar-Teile Ah, schütz 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 Starnack müssen aufhören Ich glaub, ich glaub, das ist das, was man beim, äh, letzten Part gehabt, an über sie hochland hat eben das, äh, das ist der Nebenschieß und so Ich glaub, das liegt, äh, an die Silence, an der Silence-Munition Das ist immer Du meinst, dass sie, wenn du silenced Munition rein, gibt's das dann Ja Genau das meine Oder vielleicht ist sich einfach nur ein Ubi angestellt, wie ich das gesehen hab Ah, vielleicht ist sich einfach nur ein Ubi angestellt Ah, hab ich auch egal Ah, mir nicht So, da die Sachen hier alle vollkommen zerstört sind Was machen wir jetzt? Der I-Reim, das hat nur die Zeltenten, also haupt die Zeltenten auskommt Legt übrigens auch nur ein AKS Ach Gott, warum wir jetzt da schon bis drei Wochen haben Was ist mit dem Yui? Kommt vielleicht kaputt weiter Oder sieht der etwa gesund aus? Au! Engine und Rotor bräuchten wir, um das Ding zu starten und Benzin Scheiße Ja, ich verblutete gerade irgendwie Warte mal, ich müsste in die hintere Baracke noch rein Kannst du da bitte... Okay Scheiße, scheiße, scheiße Scheiße Ja, ich halte sie dir ab Okay Tot Ähm, so Undersinn Meine Güte, gib doch jetzt auf Oh Gott Nachher schlank